Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. Juni. Boris Rhein zum neuen hessischen Ministerpräsidenten gewählt. Ab heute kann man mit dem 9 Euro Ticket fahren. Derweil erwartet ProBahn Mittelhessen über volle Züge und das blanke Chaos. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Zwei wichtige Wahlen sind am Dienstag im hessischen Landtag erfolgt. So wurden sowohl Boris Rhein zum Ministerpräsidenten, als auch Astrid Wallmann zur Landtagspräsidentin gewählt. Rhein, der vorher Landtagspräsident war, erhielt im ersten Wahlgang in geheimer Abstimmung sogar mehr Stimmen als die Zahl der Abgeordneten der Regierungsfraktionen CDU und Grüne. Schwarz-Grün verfügt mit 69 Abgeordneten über die parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat. Auf Rhein entfielen nun 74 Ja-Stimmen, alle Abgeordneten hatten abgestimmt. Als erste Amtshandlung wurden die Kabinettsmitglieder von Rhein ernannt und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann entlassen. Die 60-Jährige wirkte gefasst, aber natürlich nicht besonders glücklich, als sie ihre Entlassungsurkunde erhielt. Ich hätte gerne weitergemacht, aber diese Entscheidung ist zu akzeptieren, sagte sie anschließend. Über seine künftigen Schwerpunkte mag Rhein derweil an diesem Tag noch nichts verraten, dies spare er sich für seine erste Regierungserklärung am kommenden Dienstag auf. Es ist soweit, mit dem neuen Euro-Ticket startet zum Juni das größte Experiment im öffentlichen Nahverkehr seit Jahrzehnten. Bis kurz vor dem Start sind bereits 7 Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr jeweils im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann. Auch die VRM ist dabei und versorgt sie am heutigen Mittwoch, 1. Juni, beim großen Live-Tag mit Reportagen, Interviews und Eindrücken von vor Ort. Zehn Stunden lang sind wir in Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden ganz nah dran am Geschehen. Und Sie können dabei sein, über unsere Nachrichtenportale, auf unseren Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen. Derweil erwartet ProBahn Mittelhessen übervolle Züge und das blanke Chaos. Der Fahrgastverband erinnert an die Erfahrungen des Hessentags in Wetzlar. Während viele Menschen die Einführung des neuen Euro-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr begrüßen und sich ein Ticket besorgt haben, zeigt sich Thomas Kraft aus dem mittelhessischen Lanau, Landesvorsitzender des ProBahn-Landesverbandes Hessen, skeptischer. Er befürchtet überfüllte Züge. Besser wäre es aus Sicht seines Verbandes gewesen, mehr Geld für den Ausbau des Streckennetzes zu investieren. Spätestens bei den zahlreichen Baustellen im Bahnwesen werde man schnell zu der Erkenntnis gelangen, dass das Bahnnetz aktuell überhaupt nicht dazu geeignet ist, deutlich mehr Fahrgäste aufzunehmen. Dann wenden sich nach Kraftsansicht die Gelegenheitsfahrgäste schnell wieder von der Bahn als Verkehrsmittel ab, wenn sie vom 1. Juni bis 1. September schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht haben. Wetzlarer Sozialwerk unterstützt Menschen im eigenen Umfeld. Das Sozialwerk Haushalt und Familie unterstützt Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden Hilfe benötigen. Alleine im Bereich Wetzlar werden 900 Kunden versorgt. Immer mehr Menschen benötigen Hilfe in ihren eigenen vier Wänden. Das hat mit der demografischen Entwicklung, mit der Auflösung von Großfamilien, aber auch mit zunehmenden Erkrankungen zu tun, wie Eva Hack erklärt. Eine immense gesellschaftliche Aufgabe also, denn so Hack, immer mehr Familien geraten in Notsituationen. Eva Hack ist Vorstandsvorsitzende des Sozialwerks Haushalt und Familie Hessen. Ihre Mutter hat den Verein, damals noch als Verbandstochter des Deutschen Hausfrauenbundes, bereits im Jahr 1989 gegründet. In den vergangenen 30 Jahren hat sich dann viel verändert. Und geändert hat sich auch jüngst das Domizil des Sozialwerks. Anfang des Jahres ist die Landesgeschäftsstelle vom Wetzlarer Westend in die Charlotte-Bamberg-Straße in der Spillburg umgezogen. Einsatzstellen gibt es neben Wetzlar heute auch in Herborn, in Dietzhölztal, Linden, Bebra, Gelnhausen, Bad Nauheim und Frankfurt. Hessenweit sind über 250 Mitarbeiter für das Sozialwerk tätig. Der CDU-Stadtverband Leun hat sich vom CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer distanziert. Er erklärt öffentlich zu Irmers Klimawandel-Positionen nicht unsere Meinung. Irmer, seit 24 Jahren Vorsitzender CDU-Landil und seit 33 Jahren deren Fraktionsvorsitzender im Kreistag, sähe Zweifel an den wissenschaftlichen Fakten des menschengemachten Klimawandels. Zuletzt hatte er im Wetzlar Kurier, dem Monatsblatt der CDU-Landil, dem menschengemachten Klimawandel, also den weltweiten Temperaturanstieg durch von Menschen verursachte CO2-Emissionen angezweifelt und stattdessen veraltete Studien zum schwankenden Einfluss von Sonnenstrahlen als einen Grund angeführt. Anlass für diese Klarstellung, CDU-Mandatsträger und Vorstandsmitglieder in Leun seien mehrfach von verschiedenen Seiten um Stellungnahme bezüglich der Aussagen des Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und anderer Mitglieder der CDU-Landil zum Thema Klimawandel und dessen Ursachen gebeten worden. Schauen wir zum Schluss auf den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will die Lieferung weiterer Waffen abwarten, bevor seine Armee mit der Befreiung der von Russland besetzten Gebiete beginnt. Die US-Regierung erwägt derweil nach eigenen Angaben weiterhin, moderne Mehrfach-Raketenwerfer in die Ukraine zu schicken. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor für Verwirrung gesorgt, als er sagte, man werde keine Raketensysteme in die Ukraine schicken, die russisches Territorium treffen könnten. Die Sprecherin des Waisenhauses stellt nun aber Bidens Aussage leicht abgeändert dar. Nach ihren Worten meinte der Präsident, man werde keine Raketen für den Einsatz außerhalb des Schlachtfelds in der Ukraine liefern. In der Ukraine selbst ist es bei Gefechten im umkämpften ostukrainischen Gebiet Luhansk in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall gekommen. Die ukrainischen Behörden, die dort weiter die Kontrolle haben, sprechen von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Dagegen teilten die Separatisten mit, in dem Werk Aso seien Chemikalien in die Luft geflogen. Der Betrieb gehört zu den größten Chemieunternehmen in der Ukraine. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Be bittt von Allgemeine Nicos N제를 Nolis Niel N Vlog N kilometres N climate N N N N N N Vielen Dank.